so e er war den noch mal sind vor ihm der Brüssel doch der Projekten Blutti an und ließ eine diese Chinesen da genau die vier wo muss ich denn hin einmal das ist jetzt so muss ich denn hin wo er muss hin liegen müssen darüber und wie komme ich darüber mich da unten durchlaufen oder wie so ist es nicht so dass er irgendwie durch kraxeln könnte nein er kann ich wieder das sieht man ja auch so toll ich will es ein bisschen schneller erledigen hier nein wo ist der hingelaufen um und hier genau ist er er redet den ist es jahre der ist das wo wir unter wir können beschädigte und so und trotzdem nutzen da ist er will um in den gingen die zehn bilden mit die bittigen und zwar ganz kurz es geht ja das stück streich Kommst dich weg, wo du bist. Meinen. Willst mich forschen? Willst mich forschen? Ich bin Profi. Nein! Wo ist der? Kann ich denn irgendeine Fähigkeit benutzen? Ja, die hier. Loll, hab ich das gerade gesehen. Wieso läuft der Unsicht überhaupt? So. Du störst mich nicht. So. Finish it. This doesn't make sense. I've read the files on you and Sung. Why would you try to kill him? I might not have been able to stop you. But my people will make you pay for killing Sung. You're a double agent? For how long? All my life. And is there any chance you're going to share the sweeping tale of honor and betrothal? Why should I share anything with the man who was the man of Ronald Sum. I'm... Wait, what? My sources were clear. Michael Thornton has come to Taipei to assassinate President Sun. Funny. My sources made it pretty clear you were here to kill him. Then your sources are mistaken. If you're not the assassin... I don't see anybody. I tried to warn him. But without hard evidence, he wouldn't listen. Mike, you need to get out of there. Security forces are en route. It'll take them a while to calm the crowd down. But then they'll be looking for the shooter. Copy that. Omen, we've got trouble coming in fast. I'm guessing you want to get to the bottom of this as much as I do. Yes. Then let's move out. Okay. Jetzt war er doch nicht der Feind, oder wie? We're clear. Mina, I'm patching Dang into our connection. Can you give us an update? I'm sorry, Mike. Sung is dead. Emergency frequencies are saying the crowds have dispersed without violence, though. Well, I'm glad the information I passed him did some good at least. So, let's see. I'm glad to get out of here. I'm glad the way to get out of here. wurden in keinem steckt Taiwan behält er seine unsicheren Statsquo was eine Beziehung zur Volksrepublik China betrifft doch der Verlust eines der altpopulären Staatsmahnes wird Konsequenzen in der Region nach sich ziehen oh ja oh Die Leute von Wyatt wurden verletzt, ohne Verwaltz. Heck, du klingst Thornton? Komm in, Thornton? Ja, Heck, ich bin hier. Einfach ein Hinweis, Mike. Es sind Leute, die wirklich nicht duern, Freund. Ich denke, es ist zu viel zu wünschen, dass du nicht zu tun hast. Also, der VCI kommt mir und sagt, Steve, ich habe eine Proposition für dich. Ich habe immer gedacht, VCI als die Offer-Ü-Kann-Refüße-Types. Also, nachdem ich drei von ihm ausfüllen, mich zu Steve sagen, Und was Proposition ist das, mein guter Mann? Der Mann sagt mir, oh Gott, bitte nicht zu mir, ich bin hier einfach gekommen, um 5 Millionen Dollar zu geben, um Michael Thornton zu geben, als Ronald's assassin zu Ronald's assassin. Sag mir, du nicht. Nicht zu schief, Junge, ich war wirklich für einen Moment da. Ich habe mich irgendwie zu lieben, also habe ich ihn zu schiefen. Und dann habe ich ihn auf Feuer, um sich zu erinnern, um zu erinnern, um zu erinnern. Ich denke, das sende ein Messer ziemlich laut und klar. Ich dachte, dass seine Kronischen wahrscheinlich versuchen, jemanden weniger schrecklich als ich selbst. Sollte ich nachdenken, die News-Stationen. Du solltest sie auf deinem Bekken für ein paar Mal. Ich mag das. Hey, kein Problem, buddy. Ich will nur für ein paar Mal, aber ich werde in Kontakt. Ich bin zu sehen, Mike. Ich bin für ein Mann, der Wengshu, in connection mit dem Attacken. Okay. Hm. Das ist so nochmal ein Anhaltspunkt. Und so, das ist der Fall von deinen Fortschritt in Taipei. Chaos in den Straßen. An assassination attempt gegen den Präsidenten von Taiwan. Well done. Tsung's death war unabhängig. Und ich glaube, es würde nicht mehr Sinn haben, wenn er überlebt hat. Jetzt beginnt ihr zu verstehen. Ich bin zu sagen, dass ein Anhaltspunkt des Identifikationssenswert wird, aber die Leute glaubten, dass der Assassin für ein chineser Agent war. Ein Anhaltspunkt der Omen Deng, wird es nicht zu halten, dass die Anhaltspunkt für die Initiative wiederum stärken wird. Du hast es geschafft, Taipei zu überlebt, grundsätzlich wegen einer Anonymous-Tip zu zeigen, einem Mann-Kann-Kann-Kann-Kann-Kann-Kann-Kann-Kann-Kann-Kann-Kann-Kann-Kann-Kann-Kann. Steven Heck's work I trust? He may be a little bit crazy, but he came through. You have a knack for engendering trust. A useful skill for an intelligence agent. Must be my winning personality. That's all you cared about then? Destabilizing Taipei? You should pay more attention to global politics, Agent Thornton. If Taipei pushes for independence, the People's Republic will prepare for war. If China prepares for war, so does the US. And how Beck makes a fortune off the new Cold War? If there's one thing better for business than a war, it's a Cold War. A Cold War. Langnese gegen Pufrus. Keine Ahnung. Mike. Is it odd, seeing me in person? No, I'm glad you're here. Although I'm guessing this means trouble. You could say that. I came here because we're out of time. Taipei, Rome, Moscow. As far as the agency is concerned, they've been resolved to Halbeck's satisfaction. Perhaps not ideally, but Halbeck's projections are optimistic. Optimistic. So they don't even know they're starting a war? Not yet. First they'll delete Alpha Protocol and erase everything associated with it. And that means you. Then I have to stop them. Alone. You've done enough. No, Mike, I haven't. I could have done more. I couldn't. If Alpha Protocol is erased, and you're erased, whatever life you had will be gone. You'll be rogue forever. Until someone finds you. And kills you. And I can't let that happen to you. Then I say we bring them down before they get the chance. They don't know about you, Mina. And they certainly don't know me. It's more than... No, it is that simple. Trust me. And if they've got Halbeck on their side, then they're doubly screwed. Mina, we're going to get through this. Mike... I mean it. Mike, I can't. You don't know what's going to happen. Neither do you. I didn't mean to put you in danger. I didn't mean for any of this to happen. I'm glad it did. It exposed a problem that should have been fixed a long time ago. Halbeck? And Alpha Protocol. Suppose you already have a plan. Save the day? Somehow. But first I have to get back to the facility. Then take out the folks that trained me. Along with any marines, agents, or any other Halbeck thugs that got with them. Get evidence on an international conspiracy. And prevent World War III. So I guess I better get started. We better get started. No, you need to get to safety. I don't want you getting hurt. And I'd be surprised if Westridge and Parker haven't already figured out someone's been feeding me information. If so, your life is in danger. I want to help. I can return to Alpha Protocol. I can still help you from the inside. I can't just throw you to the wolves. If you're sure. If I let anything happen to you now, I'd never forgive myself. Trust me. It's purely selfish. Just be careful. I think we're only going to get one shot at this. This could be the last time we see each other. Don't count on it. I'm not letting you off the hook that easy. What are you going to do? Call in a few favors. If Alpha Protocol thinks it's the only one with an army. They're in for a shock. Oh yeah. World War III is on the horizon. A recent European Union study published by the Scarpacci Group, a Rome-based political think tank, lists 37 points of concern, including a sharp upswing in terrorist activity in the past month, the assault on the United States Embassy in Moscow and China's increasing mobilization in the wake of Taiwanese independence rallies, as evidence that a global conflict of unprecedented proportions may be closer than we think. Oh, that's right. I'm sorry. I'm sorry. But... But... Come here to the attack. There's no... No, no, that's we'll do the next. The next one. I'm sorry. I'm sorry. I'll see you again. I wish you a wonderful day. My friend Valera on this day. My friend Valera is following the 14th of December. From now that time, you can tell the 14EE- goal to... but time, though the time goes in the morning... I expect this murder. auch wenn es heute am samstag ist irgendwie so scheiß wetter wenn ich so rausguck auf jeden fall das war's für heute mal haben wieder einiges geschafft und ja das hat jetzt am schluss auch doch noch ganz gut gehabt ich hoffe dass das nächste mal alles das wir endlich halbe ich und seinen leuten endlich mal das handwerk legen ihr wisst schon was ich meine jeden fall dann sag ich mal ja wie immer tschüss